Liebe Zuschauer, am Rohstoffmarkt tobt der Bär oder besser gesagt die Bullen, denn wir sehen beispielsweise den Ölpreis ordentlich steigen, mittlerweile sogar auf ein Drei-Jahres-Hoch. Und wie Sie mit einem Zertifikat davon jetzt noch profitieren können, darüber spreche ich jetzt mit Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag, Frau Clark. Gerade schon angesprochen, wir sehen natürlich am Rohstoffmarkt ist ordentlich was los. Wir unterhalten uns in den nächsten Minuten über den Ölpreis und beim Öl der Sorte Brent sind wir zuletzt einmal über die Marke von 70 Dollar pro Barrel gestiegen. Was treibt denn hier so an? Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Also was am meisten antreibt ist natürlich, wir haben es ja gesagt, an den Rohstoffmärkten sind momentan die Bullen unterwegs. Es ist nicht nur Öl allein. Letzte Woche haben wir über Palladium gesprochen, neues Holz hat hochgemacht. Die Konjunktur weltweit ist am Boom, gerade auch in den USA. In den USA kommt jetzt der zusätzliche Schub durch die Steuerreform. Die USA ist natürlich eh schon eines der größten Nachfrageländer nach Öl. Aber auch in Indien, China. China haben wir Bruttoinlandsproduktdaten, die lagen sogar noch leicht über den schon hohen Erwartungen drüber. Also die Weltkonjunktur boomt weltweit und das bedeutet natürlich, die Nachfrage nach Öl liegt über den Erwartungen, die man so in den letzten Monaten oder vor einem halben Jahr hatte. Und das ist der Hauptgrund dafür, dass der Öl-Pass so stark da oben zieht. Sie haben uns natürlich noch einen Chart mitgebracht. Ein Dreijahreschart schauen wir uns zuerst mal an. Da sieht man das nämlich sehr schön. Ich habe es gerade schon erwähnt. Ein Dreijahreshoch. Das heißt, wir sind eben jetzt hier über der Marke von 70 Dollar. Zuletzt hatten wir zumindest mal diese am Horizont gesehen. Das ist schon eine Weile her im Sommer 2015. Es heißt ja immer, wenn man diese Marken durchbrochen hat, die sonst ein bisschen den Widerstand darstellen, dann ist das durchaus ein Kurspotenzial nach oben. Sehen Sie das bei Brent derzeit auch? Ja, ich würde sagen, bei Brent könnte eigentlich so ein bisschen in die Luft rausgehen. Natürlich, der Trend ist your friends, wie man so schön neudeutsch sagt. Und wenn so Marken durchbrochen werden, dann zieht es auch meistens oder häufig ein Müt nach oben. Euro, Dollar zum Beispiel, 21, 21, kommen Sie mal durch, geht es nach oben. Bei Öl wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Bei Öl ist halt doch natürlich Angebot und Nachfrage. Das spielt hier eine große Rolle. Angebot könnte dann in Zukunft wieder wachsen. Bei solchen Preisen ist es ja jetzt viel lukrativer geworden, Öl zu fördern, als es hier damals bei Preisen von 50 Dollar pro Barrel war. Im Juli 2017 noch, von einem halben Jahr. Deswegen denken wir, dass das Angebot dann natürlich immer nachziehen wird. Die Nachfrage ist sensationell gut. Auch gerade aus Afrika haben wir jetzt neue Zahlen bekommen. Die ist sehr, sehr gut. Und auch, was vielleicht ein bisschen gegen stark steigende Preise sprechen könnte, wäre, dass die Hedgefonds oder die Großinvestoren schon sehr long sind im Ölpreis. Die werden natürlich immer in ihre Gewinne mitnehmen. Das könnte dann den Markt noch ein bisschen grenzen. Sie haben eben gerade schon das Währungspaar Euro, Dollar angesprochen. Jetzt wissen wir ja natürlich, dass der Ölpreis in Dollar gehandelt wird. Welche Auswirkungen hat denn gerade der Euro-Dollar-Kurs auf den Ölpreis derzeit? Ja, sehr große. Gerade wir hatten heute in der Frankfurter Allgemeine Zeitung so einen großen Artikel. Da steht drin, der Ölpreis steigt. Aber da der Euro-Dollar steigt und da Raffinerien die Preise nicht so weitergeben können, ist effektiv. Momentan das Benzin sogar billiger als im Dezember gewesen ist. Obwohl der Ölpreis, wie man hier sieht, gerade noch mal einen ordentlichen Schub bekommen hat. Gerade diese Euro-Dollar-Relation oder auch der Dollar fällt nicht nur gegen den Euro, der fällt ja auch gegen viele andere Währungen, gegen den chinesischen Yuan. Wann gerade auch ein großes Nachfrage-Land, gerade diese Währungsrelationen bedeuten. Das ist auch ein Grund dafür, dass der Ölpreis steigt. Wie alle anderen Rohstoffe, der Ölpreis in Deutschland liegt nicht zu, obwohl er hier in Dollar steigt. Der Euro-Dollar-Effekt macht das teilweise wieder wett. Also ein sehr pulsiver Faktor für Öl. Ein weiterer Faktor, der natürlich hier auch ordentliche Auswirkungen zeigt, ist natürlich die OPEC. Besser gesagt, die Förderdrosselung der OPEC, die wir ja derzeit noch haben. Jetzt haben wir den Ölpreis schon steigen sehen und irgendwann kommen ja auch die Fracking-Kandidaten wieder. auf die Agenda. Ab wann lohnt sich das und welche Rolle spielt das? Könnte das den Ölpreis dann oder den Anstieg erstmal wieder stoppen? Ja, definitiv. Ich kann jetzt sagen, ich war jetzt gerade am Wochenende in Houston gewesen. Das ist so etwas wie die Ölhauptstadt der USA. Da merkt man schon, die Stimmung ist ganz, ganz anders, als sie früher gewesen ist. Auch da, Benzin ist sehr, sehr billig. Also ich glaube, so 4 Liter kosten da immer noch ungefähr 2 Dollar, also 2 Euro. So umgerechnet. Das träumt der deutsche Autofahrer davon. Es ist natürlich, es lockt momentan die Fracking-Industrie, die wahrscheinlich die Sektkorkenwände ein bisschen durch die Gegend fliegen. Man sieht auch, geht an den Zahlen her, das US-Ölangebot ist so hoch wie niemals zuvor. Es ist halt die Frage, inwieweit das weiter noch ausgebaut werden kann. Die OPEC hat das natürlich im Blick. Ich denke auch, die OPEC wird nicht wesentlich höhere Preise momentan haben wollen, als jetzt die 70 oder vielleicht auch 500 Dollar pro Barrel, weil je höher der Preis, desto mehr wächst. Das ist natürlich das Belohnungspotenzial für die US-Fräcker. Also ich denke, die US-Fräcker werden jetzt ordentlich auf den Pumpschwängel drücken und das könnte den weiteren Ölpreis ein bisschen unter Druck halten. Schauen wir uns nochmal den Einjahreschart an. Den haben wir eben schon ganz kurz gesehen. Der will nicht so, wie ich das will. So, da ist er. Hier sehen wir ganz schön den Anstieg, von dem wir gerade eben gesprochen haben. Das heißt, wir sind jetzt über 70 Dollar, knapp 25 Prozent auf Jahresbasis. Sie sagen jetzt, da könnte es ein bisschen wackelig werden. Sollte man jetzt von einer Seitwärts-Tendenz ausgehen? Ja, ich würde eher sagen, dass wir das Meister des Anstiegs jetzt schon gesehen haben. Ich kann mir so nicht vorstellen, dass wir Richtung 80, 90 oder 100 Dollar pro Barrel weitergehen. Tendenziell erwarten wir aber auch nicht, jetzt auch unsere Kollegen von der Analystenfront in der Deutschen Bank, dass der Ölpreis nachhaltig unter 60 Dollar pro Barrel fallen wird. Weil, um auf den Anfang nochmal zurückzukommen, die Konjunktur ist einfach zu gut momentan weltweit. Sollte dieses Jahr zumindest auch noch anhalten. 2019 wird man dann sehen. Bedeutet, die Ölpreise könnten vielleicht eher ein bisschen seitwärts gehen in der nächsten Zeit. Durchaus, wie gesagt, der Trend ist ja noch intakt. Es könnte nochmal so einen Hüpfer nach oben geben, aber irgendwann sollten wir jetzt hier eine Decke anstoßen. Und wenn wir das tun, dann müssen wir natürlich auch richtig investiert sein. Besser gesagt, unseren Zuschauern haben sie uns zwei Produkte für zwei Szenarien mitgebracht. Wir starten zunächst mal mit einem Inline-Optionsschein auf den Ölpreis der Sorte Brand. Wir haben zwei Barrieren, eine obere, eine untere. Und in dieser Range sollte sich dann der Ölpreis auch weiter verhalten. Was passiert denn, wenn man doch tatsächlich eine der Barrieren touchiert? Wenn eine der beiden Barrieren touchiert wird, das wäre natürlich der übelste Fall. Das wäre der Worst Case auf Neudeutsch. Und zwar, dann würde dieser Schein nahezu wertlos verfallen. Sollte also der Anleger, sollte sich der klaren Meinung sein, dass wir weder die 57,50 Dollar pro Bärl noch die 75 Dollar pro Bärl sehen werden. Und das Ganze bis zum 23. Februar. Also relativ recht überschaubar im Monat, in der Woche ungefähr. Bezieht sich auf den April-Future, muss ich dazu sagen. Der liegt so momentan ein bisschen unter dem aktuellen Future. Wir sind aber, wie man sieht, hier auch ungefähr in der Mitte des Ganzen. Die maximale Rendite 14 Prozent. Aber wie gesagt, Warnhinweis, es darf keine der beiden Barrieren berührt werden. Und für die, die dann doch davon ausgehen, dass es erstmal zu einem kleinen Rücksetzer kommt nach diesem ordentlichen Anstieg, haben sie ein weiteres Produkt mitgebracht, nämlich ein Wave Unlimited Put auf Brand. Hebel 5, das ist auch schon ganz stattlich, muss man sagen, oder? Ja, das ist schon ganz stattlich. Kommt darauf an. Wir haben auch welche, die noch wesentlich höhere Hebel haben im Angebot, aber auch niedrige. Wir haben alles im Angebot. Das Schaufenster ist voll und dann gut gefüllt. Auch schön recht enges Brett bei diesen Unlimited Produkten. Die Barriere 83 Dollar pro Bärrel ist natürlich ein ganz Stück weit weg, wenn wir jetzt über 7 Dollar pro Bärrel sind. Auch Anleger, die jetzt nicht ganz so sicher sind, die sollten dann vielleicht auch einen kleineren Hebel wählen. Eine Barriere, die weiter weg ist. Hier das gleiche Problem. Die Barriere darf nicht berührt werden oder in diesem Fall überschritten werden. Dann verfällt der Schein wertlos. Und natürlich auch ein Hebel von 5 bedeutet, der wirkt auch in die andere Richtung. Der Anleger sollte also da schon jetzt wirklich der Meinung sein, dass der Ölpreis für eine Korrektur reif ist. Sack Michael Blumroth von der Deutschen Bank. Vielen herzlichen Dank dafür. Danke auch. Liebe Zuschauer, herzliches Dank natürlich auch an Sie. Bis zum nächsten Mal bei Zertifikate aktuell. Machen Sie es gut.